Hey Leute, in diesem Video für erstmal, wie man eigentlich einen Lichtschalter durch so einen Bewegungsmelder richtig ersetzen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir hier an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Und wenn dann das Ganze vom Stromnetz genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schaltball an, was wir jetzt genau ändern müssen. Im Moment kommen wir mit einer dreiartigen Leitung, nimm 3x1,5 Quadratmillimeter zu unserem Lichtschalter und von dort aus geht es direkt weiter mit einer dreiartigen Leitung zu unserer Lampe. Die beiden Neutralleiter sind miteinander verbunden, genauso die beiden Schutzleiter hier und der meistbraune Außenleiter geht jetzt bei unserem Lichtschalter auf der Eingangsklemme L drauf. Dort wird er geschalten und von dort aus geht es bei der Ausgangsklemme, welche mit so einem Pfeil hier gekennzeichnet ist, weiter direkt zu unserer Lampe. Für den Austausch zu einem Bewegungsmelder müssen wir eigentlich gar nicht so viel verändern. Wir kommen ebenfalls mit einer dreiartigen Leitung zum Bewegungsmelder hin, gehen mit einer dreiartigen Leitung direkt weiter zu unserer Lampe. Der grün-gelbe Schutzleiter ist immer noch direkt mit der Lampe verbunden. Der meistbraune Außenleiter geht jetzt bei der Eingangsklemme L von unserem Bewegungsmelder dieses Mal hinein, wird geschalten und geht bei der Ausgangsklemme, welche meistens mit so einem Pfeil gekennzeichnet ist, direkt weiter zu unserer Lampe. Nur bei unserem blauen Neutralleiter müssen wir jetzt etwas ändern und zwar geht dieser nicht direkt zu unserer Lampe durch, sondern wir benötigen ihn auch noch bei unserem Bewegungsmelder. Das bedeutet, wir müssen hier einmal abzweigen, gehen nach unten auf die Eingangsklemme N drauf und anschließend geht es wieder nach oben und direkt weiter zu unserer Lampe. In der Praxis muss ich erstmal hier die Blende und vor allem auch den Rahmen abmachen. Hierfür gebe ich immer etwas Druck nach vorne, kann dann hier unten nämlich so einen kleinen Spalt machen, wo ich mit einem flachen Schraubendreher relativ gut reinkomme und dann lässt sich das Ganze nämlich auch nach vorne hin schon abziehen. Bei mir ist die Wippe jetzt übrigens mit abgegangen. Wenn diese nicht mit abgeht und noch dort drinnen ist, dann die Wippe auch mal hier außen leicht nach vorne geben und das Ganze sollte rauskommen. Genauso kann ich den Rahmen danach auch abziehen. Wichtig ist, man sollte hier nicht zu viel hebeln, sondern eher das Ganze nach vorne abziehen, da man sonst hier solche Druckstellen hinterlassen würde. Als nächstes löse ich mal hier oben diese Befestigungsschraube und auch hier unten die Befestigungsschraube und dann kann ich nämlich auch schon diesen Einsatz einmal nach vorne rausziehen. Wenn du eine Unterputzdose hast, kann es übrigens auch sein, dass du hier zwei solche Schrauben hast, die musst du einfach mal gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann werden nämlich die Geralen, die wo innen drin ausgefahren sind, so zusammengefahren und du kannst das Ganze auch rausziehen. Der meistbraune Außenleiter, welcher hier oben bei L reingeht, ist wie gesagt der meiner Zuleitung. Hierfür muss ich jetzt einfach da oben mal noch draufdrücken, um das Ganze hier rausziehen zu können und der Außenleiter hier unten, welcher geschalten weggeht, ist der, der wo zu meiner Lampe geht und den mache ich jetzt auch mal locker. Jetzt können wir erkennen, dass unsere beiden braunen Außenleiter und auch die zwei grün-gelben Schutzleiter soweit passen. Nur bei dem blauen Neutralleiter benötigen wir noch einen weiteren für unseren Bewegungsmelder. Deswegen am besten mal hier oben die Zweifachklemme jetzt nämlich entfernen und dann eine Dreifachklemme aufsetzen und an diese habe ich auch noch einen circa 15 cm freien blauen Neutralleiter angebracht. Danach sind die Klemmen auch schon fertig, weswegen ich diese jetzt einfach mal hier hinten in meiner Hohlwanddose bzw. Unterputzdose nach oben schauen verschwinden lasse. Wichtig hier ist, dass die Dose natürlich auch tief genug sein muss. Als nächstes gebe ich jetzt den braunen Außenleiter meiner Zuleitung hier in die Klemme L von unten hinein, dann den braunen Außenleiter, welcher zu meiner Lampe geht, bei der Klemme, wo der Pfeil hinaus schaut und den blauen Neutralleiter hier ganz links bei N. Wenn wir die auch Schraubklemmen verbaut sind, dann auf gar keinen Fall vergessen, dass wir diese natürlich auch mit Gefühl anziehen müssen. Bei mir ist jetzt aber schon alles richtig angeschlossen, weswegen ich einmal meinen Einsatz bei den entsprechenden Befestigungsschrauben auch anbringen kann. Anschließend entweder mit einer Wasserwaage oder mit diesen entsprechenden Linien hier ausrichten und dann kann man das Ganze nämlich auch schon hier schön befestigen. Als nächsten Schritt kann ich hier auch schon meinen Rahmen aufsetzen, hier auf der Rückseite von meinem Bewegungsmelder könnte ich jetzt noch Feineinstellungen vornehmen. Hier kann man etwas spielen und wenn das dann soweit passt, dann einfach mal noch hier vorne die Blende aufsetzen und das Ganze ist auch schon richtig angebracht. Sobald ich dann wieder Spannung auf das System gegeben habe, kann ich mal das Ganze auf Funktionalität überprüfen und sobald ich jetzt wirklich hier über diesen abgedunkelten Bereich rübergehe, konnten wir sehen, dass die Lampe sofort angeht und somit haben wir unseren Bewegungsmelder jetzt auch schon richtig angeschlossen. Wenn du für zu Hause jetzt übrigens so einen Bewegungsmelder, ein Leuchtmittel oder auch einzelne entsprechende Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Ciao! Ciao!